Nach den Amerikanern, Franzosen und Deutschen ist es jetzt mal Zeit, eine russische Artie uns anzusehen. Und da habe ich mir gleich die hässlichste Artie im Spiel überhaupt ausgesucht. Und zwar die Su-14-2, dieses Stück, ich glaube das ist ein Stück Stahl und das wurde dann innen ausgefräst. Also anders kann ich mir die, also es ist einfach nicht schön. Aber, und das ist am Ende des Tages wichtig, der Damage zählt im wahren Leben bei Arties wie auch hier im Spiel. Und daher gucken wir uns mal an, was sie kann. Ein weiteres Manko an der Artie-Mobilität kennt es jetzt auch nicht so stark. Quietscht eher, vielleicht sollte man da mal wieder mit dem Öl ankommen. Deswegen, also wenn man so eine im Gegner-Thema hat, da weiß man, die fährt nicht allzu weit weg von ihrem eigenen Cap-Point. Mit zwischen 12 und 17 kmh ist es auch eigentlich gar nicht anders machbar. Aber sie hat auch natürlich ihre Vorteile. Also Mobilität ist ja bei einer Art jetzt nicht unbedingt Punkt Nummer 1, den man so braucht. Jetzt stellt sie sich hier hinten auf. Dreht jetzt auf den E5 drauf. Und man muss ja eins dazu sagen, hier Low-Tier. Also mit dem Achter im Zehner-Gefecht. Und hier mit dem Aim-Assist praktisch auf den E5. Schuss ist raus. Wow! Alter Schwede! Der arme Patton! Die arme Sau! Ja, das ist mal richtig, richtig scheiße ärgerlich. Aber, naja, da sieht man, so ein Zehner. Ach du Fuck. Also, ich selber wie gesagt, ich sag's jedes Mal, ich mag keine Artis spielen oder als Gegner. Aber zum Anschauen im Replay, da genieße ich das ja ungemein. Also, so ein Hit zu sehen, weil man einfach weiß, wie sehr würde man sich selber ärgern. Das ist natürlich dann ganz was anderes. So, und jetzt auf den IS. Ein schöner 600er, 670er Hit. 30 Sekunden Nachladezeit immer so zwischen den Schissen. Das ist schon einiges. Jetzt hat er auch gleich wieder nachgeladen, aber man muss natürlich auch da einfach mit den Schissen wirklich so agieren, dass dann, wenn man weiß, okay, der geht jetzt raus, der sollte halt aber auch wirklich dann treffen. Also, der E5 zum Beispiel ist ein gutes Ziel, weil der ist immer recht lange statisch und hier, hier, leider nur ein 326-Geld, also es war ja wohl eher dann der Splash, der den Schaden gemacht hat, als der direkte Treffer. Aber, drei Schüsse, 3000 Schaden, nach wie vor eine sehr ordentliche Statistik. Oh, der Type 4, der ist natürlich ein sensationelles Ziel. So, noch circa 8 Sekunden, dann dürfte er wieder nachgeladen haben. Und jetzt ist der Schuss auch so gut wie im Rohr. Nimm den, nimm den Type 4, nimm den Type 4, oder will er hier für den Artilleristen sich klar machen? Komm, Type 4, bleib stehen. Jetzt, Schuss ist raus! Ah, und er zündet ihn an! Sehr schöner Hit und er muss hier löschen, hat keinen automatischen Feuerlöscher, dementsprechend etwas längere Schaden. Knapp 1000 Damage jetzt mit dem einen Schuss wieder rausgelassen. Da sieht man, der Type 4, der ist halt einfach ein prädestiniertes Ziel für Artis. So, nächster Schuss ist gleich wieder im Rohr und man sieht, der Type 4, der beschweigt sich gar nicht. Schuss ist drin, Schuss geht raus und trifft nochmal und er zündet ihn nochmal an. Feuerlöscher ist weg, dementsprechend hat er mit zwei Schüssen den ganzen Type 4 zerlegt. Also, man beachte, er hat selber, er hier, die 8. Arti, hat mal zwei Spieler komplett selbst rausgenommen. Einen 10er und einen 9er. Also, man kann ihn einem fehlenden Fleiß definitiv nicht attestieren. Und jetzt aimt er da auf den Jagdpanzer ein. Für alle, die fragen, was ist das für eine Mod, die der Spieler da nutzt, das ist der sogenannte Battle Assistant, wenn ich mich nicht täusche. Damit hat er diese schräge Ansicht. Ob verboten oder nicht, keine Ahnung. Ich glaube, sie ist erlaubt und ansonsten ist mir das auch egal. Das Thema Mods ist ein bisschen überthematisiert. Also, bei allem wird jetzt eine Mod-Diskussion ausgelöst. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ich kann euch sagen, Wargaming arbeitet daran. Der Aufschrei war gut, der mit Wargames News gemacht wurde, der von Buffed gekommen ist. Sogar lokale Zeitungen haben berichtet, krummeln natürlich. Jeder ist irgendwo im Thema. Aber vielleicht sollten wir uns auch einfach mal wieder auf das konzentrieren, was es hier ist. Ein Spiel. Und da soll das doch bitte jeder so spielen, wie er auch selber das Ganze will. Der 100. Stenten AFK. Der muss nur jetzt nochmal gespottet werden. Dann kann er nämlich auch nochmal draufholzen. Granate ist im Magazin. So, der T-55 Light könnte da perfekt spotten. Ja, tut's nur nicht. Komm schon, komm schon, da ist er. Und der Schuss ist raus. Seitlich steht er. Und da zündet er ihn an. Und er tickt genüsslich runter. Der Damage ist da. Und der Munitionslager hat dann irgendwann ihren Tribut gezollt. Und ist raus. Aktuell 6.493 Schaden. Lediglich die Arty und der Jagdpanzer noch im Spiel. Jagdpanzer ist raus. Und auch die Arty ist da hinten gespottet. Da kann er wohl nicht mehr eingreifen. Oh, die Arty nimmt sogar noch den T-54 raus. Aber der TVP T-5051 macht's dann weg. Ja, eine schöne, entspannte Arty-Runde. Da weiß ich schon, warum manche Leute so gern die Arty spielen. Es ist einfach was Relaxteres. Von dem her hat mir gefallen. Die zwei Hits waren besonders lustig. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Aykaramba. Das war die Arty-Runde. Untertitelung des ZDF, 2020